...zeit des Tages. Eco-Kaffee-Vollautomaten. Die perfekte Komposition aus Technik und Design. Siemens. Jetzt kostenloses Girokonto der INV Diva eröffnen und 75 Euro Gutschritt sichern. Lidl präsentiert Asiatische Genüsse. Knusprige Asieinte für 5,99 Euro. Kokosnussmilch für 79 Cent und duftiger Basmati oder Jasmin-Reis je 3,49 Euro. Diese und weitere Köstlichkeiten von Vitasia ab morgen nur bei Lidl. Lidl lohnt sich. So hoch hinaus wollen unsere Kandidaten. Seid ihr bereit? Aufzuheben? Bereit für eine neue Show? Dann rein ins Abenteuer. Weg raus, die Trampolin-Show. Ab Freitag, 26. Januar. Es wird wett. Es wird wett. Der neue Bachelor kommt. Nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr. 9 RTL. Willkommen zu Hause. Schön, dass es wieder losgeht mit Stern TV und Altours. Tolle Hotels, super Service und schöne Strände.